Wir möchten auch hier nicht nur von diesen Hooligan reden, sondern wir möchten auch zeigen, was macht eigentlich so ein Hooligan im Alltag. Huchstab! Gelb und schwarze! Alle Katainer sind schwul! Vergeht und wutschern! Oh, oh, uhrer Sonne! Das werden die Kassen aufmachen! Oh, 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 oh! Frist die Scheisse! Frist die Scheisse! Frist die Scheisse, 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 Scheisse! Da! Gehn! 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 Bis zum nächsten Mal.